Der beste deutsche Fußball aller Zeiten, muss man sich mal vorstellen. Er war immer eine Clamer-Person auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Er ist das Gesicht des deutschen Fußballs weltweit. Wir sind dir dankbar, dass wir einen Menschen kennengelernt haben, der zu den Großzügigen gehört, den ich kenne.